Nach Aufruf des Departesnet starten wir die Einsteigerrecherche und rufen dort als erstes einfach mal die Patentveröffentlichungen unseres Lieferanten oder unseres Kunden auf und lassen die uns anzeigen, um an die sogenannte IPC-Hauptklasse zu kommen, kreuzen das auch noch nebst dem Titel in der Trefferliste an und lassen uns dann einfach mal die Trefferliste anzeigen. So, wir sehen jetzt am Beispiel der Firma IGUS, hier geht es uns um das Technologiefeld Energieketten, dass die Energieketten alle in einer bestimmten Klasse eingetragen sind, nämlich der F16G1316 und diese Patentklassen sind hierarchisch aufgebaut, die können wir uns jetzt über die Klassifikationsdatenbank anzeigen lassen, indem wir einfach da draufklicken und bekommen jetzt eine Übersicht der Klassifikation mit den entsprechenden Gliederungen und sehen jetzt, das ist im Bereich Ketten und Ketten mit Befestigungseinrichtungen für elektrische Kabel und Schläuche. Passt exakt und nach Unternehmen, die in dem Technologiefeld tätig sind, würden wir jetzt gerne suchen, indem wir uns einfach die Klasse herauskopieren mit Copy & Paste, wechseln wieder zurück in die Einsteigerrecherche, kopieren das in das Feld alle Klassifikationsfelder und schicken das Ganze nochmal ab und bekommen jetzt die Veröffentlichung im Patentbereich über die Datenbank Depatisnet, die in dieser Klasse F16G1316 sind. Das sind zwar 5761, uns werden nur 1000 angezeigt, aber wir wollen ja mal erste Namen haben und die können wir uns dadurch rausholen. Das sind die Unternehmen, die technologisch neben der IGUS GmbH tätig sind und die können als potenzielle Lieferanten in jedem Fall angesprochen werden, wenn die uns nicht schon bekannt waren. Also das ist eine relativ einfache Möglichkeit über die Patentklassifikation, andere Unternehmen zu ermitteln, die im gleichen Technologiefeld erfinderisch tätig sind. Das Ganze ist kostenfrei innerhalb des Depatisnet und ist auch keine allzu aufwendige Recherche. Sollte man regelmäßig machen, um so ein bisschen die Technologiefelder auch abzuklopfen, wer sich alles in einem bestimmten Markt bewegt. Die Tabelle geht man jetzt durch und schreibt sich die entsprechenden Unternehmen einfach raus. Den Rest macht man dann via Google.